Herzlich willkommen in diesem Video geht es um die drei besten Babyschalen. Das High-End-Produkt in unserem Babyschale-Test geht an den Schikokosmos. Der verstellbare Autokindersitz Schikokosmos, der Kindersitz, der mit Ihrem Kind mitwächst. Der Kindersitz Schikokosmos begleitet Ihr Kind von der Geburt bis zum Alter von 4 Jahren, 0 bis 18 kg, und macht es zu einem zuverlässigen Begleiter in den frühen Kinderjahren. Der Autokindersitz ist sehr einfach zu installieren, rückwärts gewandt von 0 bis 13 kg, befestigt mit den blauen Gurtführungen und deaktiviertem Airbag. Vorwärtsgerichtet von 9 bis 18 kg, befestigt mit den roten Gurtführungen. Zugelassen nach den Bestimmungen der EJR 4404 für die Gruppen 0+, und 1. Die ergonomischen und abgerundeten Formen, die weiche Neugeboreneinlage und die Möglichkeit, den Kindersitz mit einer Hand zu verstellen, machen ihn zu einer ausgezeichneten Lösung für kurze oder lange Reisen. Der Autokindersitz kann in vier Positionen verstellt werden. Die Säuglingsanlage Airbus ermöglicht dank der weichen Seitenpulster eine außergewöhnlich gute Fixierung von Kopf, Hüften und Beinen des Babys und garantiert gleichzeitig eine korrekte Haltung der Wirbelsäule. Auch älteren Kindern sind Sicherheit und Komfort dank des großen Sitzes des Autokindersitzes garantiert. Den besten Preis findest du unten in der Videobeschreibung. Der Qualitätssieger ist der Maxi Cosi CT. Der leichte Maxi Cosi CT wurde im Hinblick auf Komfort und Sicherheit Ihres Kindes entworfen. Geeignet ab der Geburt bis 13 kg ist der CT mit dem Zeitprotektionssystem ausgestattet, das Ihrem Kind optimalen Schutz vor Seitenaufprall bietet. Es lässt sich auch auf jeden Maxi Cosi Kinderwagen klicken, wodurch ein komplettes und praktisches Reisesystem entsteht. Schützen Sie Ihr Kind vor seitlichen Stößen dank Maxi Cosis Zeitprotektionssystemtechnologie. Gewährleistet optimale Sicherheit, gibt Ihnen jedes Mal, wenn Sie auf der Straße unterwegs sind. Der Maxi Cosi CT wurde so konstruiert, dass er so leicht wie möglich ist. Es verfügt auch über einen extra bequemen, ergonomischen Tragegriff, um es einfach für Sie zu heben und zu bewegen. Es lässt sich mit allen Maxi Cosi Kinderwagen kombinieren, wodurch ein komplettes und praktisches Reisesystem entsteht. Sie können Ihren kleinen Leicht zwischen Kinderwagen und Auto bewegen, ohne Sie zu stören. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Babyschale-Test ist der Lionelo Noa Plus. Lionelo Noa Plus ist durch die beste und renommierte Fachinstitution für die Prüfung und Zertifizierung in Europa den TÜV zertifiziert. Das Produkt erfüllt auch die Norm EJR 4404. Der Kindersitz wird aus hochwertigen Werkstoffen, Polyethylen-PEHD, hergestellt. Ein zusätzlicher Sitzverkleinerer mit Kopfstütze gewährleistet eine sichere Lage des Babys im Kindersitz. Verstellbares Sonnendach schützt vor der Sonne, Regen und Wind. Ergonomischer Griff ist verstellbar und leicht. Abnehmbarer Bezugsstoff beugt durch seine thermoregulierenden Eigenschaften dem Schwitzen des Kinds vor. Der Kindersitz wird gegen die Fahrtrichtung mit Sicherheitsgurten fixiert. Diese Position bietet höhere Sicherheit für das Kind. Die sehr leichte Konstruktion wiegt nur 2,6 kg. Sorgen für bessere Sicherheit während der Fahrt. Eine besondere Konstruktion der Kopfstütze schützt den Kopf des Kinds beiseiten auf Prall. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like als auch einem Abonnement freuen.